Das geht nicht. Ich habe von einem Kollegen einen Volleybus ausgewählt, von allen meinen Verstärken hinterher. Koko hat gesagt, die holen mir zu. Als ich die Kurve aufgefahren bin, war ich dort am Volleybus. Ich habe mir selber gedacht. Ski gehen und gehen. Arme draussen. Das ist wie immer der Hitmebus. Dann spüren wir ohne Lügevater. Gib dir uns. Gib dir uns. Du kannst uns ja mit dir raus. Als ich gerade kam, war es so 4.11 Uhr in der Nacht. Es war ein grosses Berg an meinem Haus, für eine ganze Zeit. Dann habe ich alle Verstärken aufgestellt. Ich habe mich so verlegt gemacht mit meiner Gitarre. Ich dachte, das ist meine Schaffe. Ich muss sie irgendwie hinbringen. Sie. 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 Sie hat jetzt fast rausgekommen, wo abgetrucht, wo ja, wo verflucht, wo ja, wir haben ein paar strozen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das kann ich alles sehen. Sie hat jetzt oben abgetrucht und gesagt, warum ihr eet? Warum ich eet? Warum uns kreift nicht? Wie ihr gesagt, sie sind keine blauen Augen, sie sind keine lange schöne Hand, sie ist auch nicht wie spackst. Nein! Das ist die momento, das ist die Möglichkeit, die Branche, die Beste ist. die Beste". Sie ist ja, sie sind keine Kalle, sie sind keine Ziele. Sie ist ja nicht, sie sind keine Kalle. SЯ KAUZ'! Sie hat dir gesagt... ... ok Ich bin ja denot fishing Sie hat ja gesehen, dass sie vielleicht auch immer wieder waren Und sie sollen noch etwas mitgestattet werden Einweich cloth. Andrew was auch mit einer dicksten Faceation. pretty gut lose. Es geht es gar nicht gut aus. Ich habe es genauso viel verloren. Im will ich dir das nicht verstehen. bis dahin ist es nicht mehr und empasst... bis dahin. Von Fritzender Ich habe es so lang Dornen geufen und quiero ihm schon Ich habe noch etwas gegen ihn. Ich weiß, dass man noch etwas von mir ist. Aber wenn ich mich noch mehr gehört, wenn ich kenne... Wir sind echt auf den Platz. Doch, für dich sind ganz, ganz lustig, ey! Ich schenke, wenn du dich hörst! Hey, hab' ich nicht, hab' zu schrauben! Du schrischst, du und du schickst! Du häng' dich wohl an! Du lebst, du und du schickst! Wenn man so den vierten Seamfang ist gefahren, wenn es so völliger vorbeigereist ist, habe ich irgendwie so für mich selber gedacht, ja, du, gestern bin ich gefahren, aber es dauert mich um 8 Uhr. Und es ist schon mal klangdurch. Du, ich wie es und ich habe heute schon in denen verfolgt! Ich bin schon in einem woanders mit. Wenig nach einem woanders! Ich bin in vom Krankenhaus und ich geh' auf den linken, und du hast nie auf den Blieb! Und du haust dir nach der Sterne, und du hast uns gerade! Oh, ich bin in deinem herangekommen! Und du bist alles an! In deinem an wie wir denn zien! Und das ist die Zeitgeschichte von Mädchen von Schattenberg und von mir und ich habe sie zurückgeboten und es ist ein Glück in Süd. Und die haben gemerkt, wie ich sie zurückgeboten habe. Mit einem guter, guter Schweizer Musik. Dankeschön! Und das letzte Mal, das letzte Mal. Und das letzte Mal sind wir jetzt zusammen mit Mädchen von Schattenberg. Ist gut. Wir lassen! Wir lassen!